Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Karnisus TV, herzlich willkommen. Wir nähern uns ja immer noch an diesem schwierigen Satz, der Herr vergibt dir, aber du musst nicht sterben, aber das Knäblein, das dir geboren wird, muss sterben. Ja, wie kann man sich dieser befremdlichen Klärung oder Gerechtigkeitsherstellung durch den Herrn mittels eines unschuldigen Kindes, wie kann man sich dem überhaupt annähern? Eine Sache, die mir dabei hilft, ist doch nochmal ein bisschen tiefer in die Gesellschaft hinein zu schauen, in der dieser Satz gesprochen ist. Übrigens, ganz interessant finde ich, dass man als Nebenbemerkung sagen darf, am Ende wird nicht nur das Knäblein sterben, sondern es werden drei weitere Kinder Davids sterben als Soldaten im Feld und so weiter und so fort oder von anderen erschlagen, sodass es sogar diese vierfache Gerechtigkeit gibt, von der wir, Sie erinnern sich vielleicht, hörten, beim Raub eines Lammes muss das Vierfache ersetzt werden. Also es wird sogar nochmal eine größere Gerechtigkeit hergestellt werden, aber dieses eine Knäblein, das ist ja das, über das wir jetzt nachdenken, weil das das Knäblein ist, das der Herr fordert. Ja, in was für einer Gesellschaft leben wir, in der sowas als Gerechtigkeit durchgeht? Die Antwort ist ganz einfach, wir leben in einer Gesellschaft, in der das Blutrache-Prinzip Gültigkeit hat und das findet seine unsterbliche Formulierung im vierten Kapitel des Buch Genesis und da heißt es von Lamech, also dem Haupt des Stammes Lamech, hört auf meine Stimme, lauscht meiner Rede, ja, einen Mann erschlage ich für eine Wunde und einen Knaben für eine Striebe. Wenn kein siebenfach gerecht wird, dann Lamech siebenundsiebzigfach. Das ist das Blutrache-Prinzip. Wir haben es hier im Jesuitenflüchtlingsdienst auch mit Menschen zu tun, die vor Blutrache fliehen, weil sie zum Beispiel den Auftrag zu einem Ehrenmord bekommen haben, an ihrer Schwester, den sie nicht ausführen wollen und deswegen aus einem dieser Länder fliehen müssen, wo dieses Blutrache-Prinzip herrscht und die dann hier sich verstecken müssen, den Namen verändern müssen, damit sie hier nicht wiedererkannt werden. Denn Familie ist im Orient nicht, wie ich schon so oft sagte, die kleinbürgerliche Familie, sondern es ist ein Riesenkomplex. Und zur Wiederherstellung der Ehre der Familie gibt es dann eben den Ehrenmord und der Ehrenmord eskaliert. Für einen Vorgang, der kein Mord ist, muss jemand getötet werden. Für eine Wunde erschlage ich einen Knaben. Das ist das Blutrache-Prinzip und das ist ein Gesetz, das muss so sein. Sich diesem Gesetz zu entziehen durch Flucht. Wenn Menschen zu uns kommen und uns diese Geschichte erzählen, wir haben auch die Kriterien sehr genau, um zu wissen, wann die glaube ich, die sind und wann nicht natürlich. Aber wenn sie solche Geschichten erzählen, dann erlebt man, begreift man, dass auch die Familie, die dieses Blutrache-Prinzip ausagiert, das wiederum der Gesellschaft und deren Ehrenkodex und Gesetzmäßigkeiten schuldet. Das muss sein. Vielleicht ist das auch ein Zugang, der nicht in keiner Weise rechtfertigend sein muss, um zu sagen und zu verstehen, was jetzt in den letzten Tagen, vor allem am schwarzen Sabbat, dem 7. Oktober 2023, also vor zehn Tagen, geschehen ist in Israel. Mit Kalaschnikow und Gewehren hingehen und 800 Menschen einfach töten, Männer, Frauen und Kinder. Das ist genau das. Wie kann man kein siebenfach gerecht, dann lahme ich siebenundsiebzigfach. Das ist das Blutrache-Prinzip. Und das Blutrache-Prinzip ist die Verpflichtung zur Eskalation. Denn ohne Eskalation gibt es keine Gerechtigkeit. So denken Gesellschaften und fühlen Gesellschaften, in denen das Blutrache-Prinzip herrscht. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Es heißt ja interessanterweise im Buch Exodus genau umgekehrt. Du sollst geben, Wunde für Wunde, Striebe für Striebe, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Das richtet sich an den Täter. Du musst, wenn du jemandem etwas Böses getan hast, ihm etwas geraubt hat, ihm einen äquivalenten Wert zurückgeben. Auge für Auge für Auge, Zahn für Zahn. Du darfst ihn nicht erschlagen. Du darfst dir nur etwas fordern, was dem Wert deines verlorenen Auges entspricht. So ist ja dieser Satz zu verstehen. Das heißt, es ist die Eingrenzung der Blutrache. Und in dieser Zeit leben wir. Das ist dann aber besonders schwierig, wenn es um Leben geht. Wenn ich mich schuldig gemacht habe gegenüber, jetzt sage ich mal Vorsicht, durch Tötung. Schon der Exodus, das Bundesbuch, unterscheidet zwischen Tötung und Mord. Bei Tötung gibt es dann Möglichkeiten, nicht Leben für Leben in der Weise zu fordern, dass derjenige, der getötet hat, fahrlässig zum Beispiel, weil er ein stößiges Rind hat über das Feld laufen lassen, dass dieses Kind des Nachbarn umgestoßen und kaputt getrampelt hat, obwohl er wusste, dass es ein stößiges Rind ist. Dass jetzt nun der Besitzer getötet werden muss. Das ist klar. Und dann sucht diese Kultur schon danach, wie kann man das anders machen über andere Zahlungen, Ersatzzahlungen und so weiter. Beim Mord wird es aber ganz schwierig. Der Mord muss dann unterschieden werden von der Tötung. Das ist ja auch Grundlage unseres Rechtes bis heute. Nicht jede Tötung eines Menschen ist Mord. Dazu gehört die niedere Absicht etc. pp. Ja, vielleicht auch das nochmal, um sich näher hinzubegeben, hin dieses Gefühl, hier muss eine Gerechtigkeit Einzug halten. Ja, ich lasse Sie auch mal mit diesen Gedanken und vielleicht auch nochmal ein bisschen mit hinein sich spüren, wie furchtbar Gesellschaften sind, in denen das Blutrache-Prinzip herrscht. Und das zieht sich bekanntlich über Generationen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020